Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergog, ihr nicht, und heute soll es einmal um dieses kleine hässliche Ding gehen, das vor Albedo kniet. Hä, die Prinzessin ist doch gar nicht häss, der Schatten, ich rede vom Schatten. Doch bevor wir einen Blick auf den Schatten werfen, schauen wir uns zunächst einmal meine Kanalmitglieder an und danken dir diesen für den tollen Support. Außerdem ein dickes Danke an alle Nutzer der YouTube-Fanx-Funktion. So, und damit zum eigentlichen Thema. Und das Ding, das daneben Renner kniet, nennt sich Shadow Demon. Ein Schattendämon ist es also. Wir haben den auch schon vorher gesehen, und zwar als Sebastian im 5. Overlord-Band bzw. in Staffel 2 seinen Schatten vorausgeschickt hat. Später während der Invasion der Hauptstadt des Königreiches von Reastis, die ebenfalls Reastis heißt, sehen wir auch noch einmal, dass Demiurg eben solche Schattendämonen kommandieren kann. Und das ist auch kein Zufall. Oder nur extra wegen einer Invasion. Denn viele wichtige Personen, also Ebenenwächter Albedo oder eben Sebastian, der stillende Butler, reisen standardmäßig mit diesen NPCs. Einfach weil Schattendämonen exzellente Speer und Eskorten darstellen. Flach wie Sheltier verstecken sich diese rund auf Level 30 befindlichen Dämonen im Schatten ihrer Kommandierenden. Oder ihre Opfer. Sie schlagen nicht nur Alarm, sollte irgendwas mit ihren Vorgesetzten passieren. Sollte beispielsweise Sebastian also wirklich versuchen, die große Gruft zu betrügen. So würde das auffallen, da der Schattendämon entweder davon berichtet oder plötzlich sämtliche Kommunikation mit ihm abbricht. Einfach weil ein verräterischer Sebastian ihn hätte töten müssen. Doch diese Dämonen haben noch einen weiteren Zweck. Nämlich sie fungieren als eine Art Erzwinger. Sollte Renner auf dumme Gedanken kommen und aus unerfindlichen Gründen nahtzehrig betrügen wollen, so würde der Schattendämon entweder davon Bericht erstatten oder, da dieser auf Level 30 ist und damit in etwa die Stärke von Brain Anglaus oder Garzaf Stronow zumindest am Anfang der Serie hatte, könnte er Renner und mögliche andere Zeugen, wie beispielsweise Klim, in einer günstigen Sekunde einfach ausschalten. Zudem könnte in diesem einen speziellen Falle, im Falle der Entdeckung von Renner als Doppelagentin, dieser Dämon als eine Art Sündenbock agieren, da mit ein wenig geschickter Manipulation von Renners Seite der Dämon als derjenige dargestellt wird, der sie gezwungen hat, das Königreich von Reastis zu betrügen. Und wenn man bedenkt, dass vor kurzem der Dämonenkaiser selbst in Reastis war, würde Yaldebao die Schuld in die Schuhe geschoben werden. Früher wurde auch einmal darüber nachgedacht, Karn quasi an jeder Ecke mit diesen schemenhaften Kreaturen auszustatten, um das Dorf quasi in eine Art Überwachungsstaat bzw. Dorf zu verwandeln. Doch einst eine bessere und weniger streng kontrollierte Beziehung mit Karn wollte, er entsandte anstelle dessen Lupus Regina Beta, um über Karn zu wachen. Später sorgte er mit einer kleinen Invasion von einigen Trollen im achten Band auch dafür, dass Lupus Regina einmal eingreifen und sich beweisen konnte. Abschließend wissen wir leider noch nicht, ob es sich beim Schattendämon um Popmonster handelt, also um schwache NPC-Monster, die als Teil von Nazarek selbst in der großen Gruft einfach so spawnen, denn vom Level her würde das passen, oder ob sie mithilfe von Beschwörungstexten in der großen Bibliothek Ashibanupal und ein wenig Gold herbeigerufen worden sind und es sich somit um Mercenary NPCs, also Söldner-NPCs handelt, oder ob die Truppen, die eingesetzt werden, eine Mischung aus beiden sind. Und an dieser Stelle muss ich wieder einmal die Kreativität, das Worldbuilding und die Weitsicht loben, die in Overlord eingeflossen sind. Weder die Shadow Demons, noch die spezifische Art wie Nazarek eine weiterebenende Absicherung geschaffen hat, sind wirklich für die Story wichtig. Doch in den Büchern und selbst im Anime schafft man es mit wenigen Zeilen und Bildern, dieses an sich komplexe Thema an passender Stelle hinreichend zu erklären, so dass es für alle Zuschauer nachvollziehbar ist. Okay, genug gejubelt. Ich sagte nochmal Danke fürs Zuschauen und Danke an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support. Und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.